Heute steht wieder Hannemark fahren auf dem Programm und zwar fahren wir mit der Fähre über die Elbe. Wir fahren dabei von Schnakenburg nach Ludgenwisch. Schnakenburg ist ein sehr altes, aber auch sehr kleine Städtchen an der Elbe. Hier in Schnakenburg gibt es einfach gar nichts. Weder Lebensmittelgeschäfte noch wirtschaften. Aber hier direkt bei der Fähre gibt es das Grenzlandmuseum. Vom Grenzlandmuseum haben wir schon in einem anderen Videofilm berichtet. Hier haben wir Herr Steinbiss, einen ehemaligen Zöllner, interviewt, wie das früher so an der Grenze war und wie es war, als er von der DDR damals 1953 rüber gemacht hat. Doch jetzt fahren wir hin zur Elbe. Ja, ja, ja. Die Elbe hat mir hier bei Schnackenburg besonders gut gefallen. Viel Spaß jetzt beim Mitfahren. Die Elbe hat mir hier bei Schnackenburg. Die Elbe hat mir hier bei Schnackenburg. Sondern erst mal die Wärme. Die Elbe ist wieder vorbei. Die Elbe hat mir hier wieder. Die Elbe hat mir hier im Alterсли. Stattdessen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020